Weihnachten ist Jingle Bells. Weihnachten ist für mich in die Berge fahren, ich bin Dervoz aufgewachsen und in Mengardin haben wir meistens gefeiert, meine Mutter ist aus der Mengardin. Es ist Familie und viel singen. Weihnachten ist Glockenklang. Weihnachten ist für mich Musik. Weihnachten ist Schwingung. Für mich die Farben und die Sparkeln von Weihnachten, die Glitter. Die Aesthetik, die sind auch etwas, was zu genießen. Na ja, ich mag sehr gerne Spritzgebäck und davon abgesehen bin ich der Grinch. Weihnachten. Das berührt zu viele Punkte. Süßer, die Glocken nie klingen. Die Glocken nie klingen. Es ist eine große, große Bühne. Du bist einig.